Wir können jetzt natürlich noch hoffen, dass wir irgendwie auf 50 Münzen kommen und beide Vario und Stern stellen. Alter, schon die Hälfte vorbei und Vario zieht uns ab. So wirklich. Alter. Ey. Ich freu mich echt. Komms und nein. Crash dann das Spiel. Naja, egal. Okay. Und? Da. Da ist Vario schon wieder auf dem Weg. Das ist doch nicht wahr! Rio. Ich hab auch grad angedacht. War doch klar. Alter. Alter. Oh Mann, das war so ein schlechter Spruch. Oh Gott. Hey, guck mal. Ich komm aufs Fragezeichenfeld. Vielleicht krieg ich ja Münzen. Nein! Du hast den Stern verpasst! Oh Mann! Ist das mein Ernst? Hey, ich bin vor dem Bowserfeld. Okay. Immerhin hab ich noch etwas Zeit, um Münzen zu generieren. Für meinen großen Auftritt als den Lifesaver. Oh Mann! Schatztaucher. Wir kriegen von Vario den Stern nicht weg. Nee. Obwohl, wenn er jetzt den einnimmt und einer von uns so im Kreis bleibt. Wart mal, wer ist jetzt hier im Team? Niemand. Oh. Okay. Wart mal, wie ist die Steuerung? Jeder taucht einfach nur Steuern und A zu schwimmen. Okay. Oh Scheiße! Pass auf, Gegner auf! Ja, das sagst du früh. Ich meine, als Ersteller von Neablo Mario sollte dir das bewusst sein. Ja, aber du weißt, in Neablo Mario gab es doch nicht wirklich Gegner, wenn man so will. Der größte Gegner war man selbst. Eigentlich das Level-Design. Da verpisst dich. Dräng mich nicht in die Blooper rein, ja? Warum denn nicht, ne? Wenn da jetzt ein Stern drin gewesen wäre. Nee, dann müsste man erstmal alle vier Thronen in der richtigen Reihenfolge öffnen. Wie ich? Ich hätte ja so gesagt, wie ich Peach jetzt grad die Truhe weggeschnappt habe. Ja, wir zum Beispiel. Jetzt! Um den Stern zu bekommen, müsste man erstmal alle vier Thronen in der richtigen Reihenfolge treten. Genau. Genau. Immerhin kannst du schon mal einen Stern stehlen. Und das machst du gefährlichst auch. Außer Mario verliert jetzt noch einen. Er kommt nicht zum Stern! Geil! Aber das Problem ist jetzt auch ein Ereignisfeld. Was? Das Problem ist jetzt hat er auch ein Ereignisfeld. Ah, ja. Das heißt, jetzt ist er ein Anhänger für den eigenen Stern. Ich doch auch! Ich habe auch ein Ereignisfeld gehabt. Ja. Das muss man grad sorgen. Der Minispielstern? Ich glaube, der gehört so gut wie dir. Weil... Vielleicht mir oder... Ich würde... Ich würde auch zu Peach tentieren. Immerhin kriege ich Münzen! Na komm, würfel keinen Scheiß. Das ist kein Scheiß. Das... Die ganze... Job, das ist... Lecker! Und dann bist du noch auf dem Weg zum Stern. Meine Fresse! Erst beim Hario Clown auf dem Weg sein. Das ist super! Oh! Und danke, dass du mir dann so schön... Ach ne, warte mal. Peach läuft ja dran vorbei. Alter, wie du jetzt einfach... Laufend abdrücken musst! Das ist doch jetzt nicht wahr! Aber dafür bekomme ich ein Einspieler Minispiel! Oh! Wenn ich jetzt Pflanzen dürfen bekomme... Ist nicht drauf. Turmschläger! Turmschläger! Oh, warte. Da muss ich jetzt kurz auf... Thomp. Auf den Womp muss dauern. Ja, und zwar im Practice Mode, aber weil... Ja. So... Gibt's da überhaupt einen Practice... Da gibt's keinen Practice Mode. Was ist das für eine Scheiße? Dann hau da einfach so gegen! Nee, ich will meine Münzen! Okay, das ist schon relativ tricky als Setter. Vielleicht machst du ja einen Fehler. Oh mein Gott! Es ist passiert! Mies! Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Naja. Du hast aber noch genug Münzen. Ja, wenigstens was. Besser etwas als gar nichts! Ja. Alle gegen Pritsch. Pritsch-Stift? Zum Glück nicht das Tautzing. Hau den Münzler! Hau den Münzler! Ähm, okay. Block den Tauten Münzen. Ja. Wegen Schattenhammer. Ja und... Den können wir dir aber stehlen. Oh, und das heißt? Oh, passiert nichts. Äh, her damit ich... Nee, meiner. Alter. Das ist doch nicht wahr! Geil! Geil! So wie es Papa gefällt. Nein! Nein! Okay, ist geil. Dann kannst du gleich Wario so richtig schön, äh... eine verpassen. Eine Münze! Komm, eine! Die gehört ja zu dem noch dir! Was zur Hölle macht Peach da voll langsam. Komm, 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 komm! Expansions! Nein! Wie auf den Hammer so weg. Keinen! Ich hab keinen! Doch, eine. Mindestens. Zwei! Zwei! Oh! Trotzdem ist das scheiße wenig. Aber echt das, was ich für euch freigekloppt habe. Mäh! Und Wario überholt mich. Warte mal, da macht er mir gleich wieder den Weg frei wahrscheinlich. Nee. Geil! Wohl, äh, ja. Ich seh's jetzt. Peach macht mir den Weg frei. Oh, ich muss was hohes würfeln. Nicht, dass mir Wario den ganzen Weg versperrt. Das ist so scheiße. Jo. Jo. So, DK Start. Jetzt kommt's. An's Eingemachte. Äh, komm ich damit durch? Sollte, oder? Jo. Oh, warte mal. Oh Gott, ich darf jetzt so viel wieder abdrücken. Nee. Nur einmal. Ach so. Oh, ich seh's. Äh, ich nehm einfach deinen Weg. Vielleicht hab ich ja auch das Glück, dass ich Indiana Jones Style hab. Zehn! Los, Klauen, 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 Klauen! Was? Wo ist ein Klauen? Klauen! Wen? Mario! Jo. Ja, weil du sowas von mir klauen willst, ne? Natürlich. Eigentlich wollte ich von Karte stehen. Ja, die Karte, die hat so viele Sterne. Die Karte ist voll unfair, die spielt echt streckig. Cheatet immer. Ja, meine Güte. Ich mein, Indiana Jones. Ich mein, ich muss den Weg gehen und... Willst das Risiko eingehen und du setzt tatsächlich wieder aus. Ja, so würde ich mich auch anhören, wenn ich das mitkriegen würde. Au. Und meine Güte. Das gibt's doch nicht. Wie viel Glück kann man haben, verdammt. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö jojo das von mein ding ja ganz genau ganz genau alles so die richtige richtung hierhin hierhin hier ist die expansion kommen schon kommen schon wenigstens eine meine 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 eine donkey kong steht auf der tierlist ganz oben weil er ist ja auch ein tier was habe ich jetzt wieder moment für mein best of oder was ich hab mehr mützen als du drück ab alter wie ich das anhört drück ab ist wohl eher der kommt weg also bisschen auch mal ich hätte stellen stein wieder so ich nenne das immer challenge time ich muss das spiel jetzt gewinnen und münzen kriegen marius big bands kannst du teilen ich versuch ich dirigiere schön okay du bist dann die regieren und ich muss spielen okay ich liebe es wie die jetzt schon den müll werfen bevor überhaupt performen ja verpormen verpormen ja okay mit dem delay ist das ein bisschen kompliziert es ist für mich hätte das echt viel mehr gebracht weil ich hätte war ja ich hätte war ihren stern stehen können verdammt du hast noch immer einen move und das heißt du kannst doch immer einen move oder niedrig würfeln könnte okay scheiß drauf alles könnte jetzt auf die kopf gestellt werden bauser umbruch oder so ja der bauser umbruch ist nicht drauf ähm münzen für bauser der klassiker ja 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 ah ist was ich liebe es wenn er so ein mist sagt ich liebe es liebe es auch wie oft noch heute gleich musst du noch gleich musst du noch bitte nicht wenn jetzt bauser umbruch bauser umbruch ist da bauser kommunismus große chance nein 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 schon wieder dieses omen ich mag es nicht schon wieder dieses omen ich mag es nicht schon wieder dieses omen ich mag es nicht gearscht Arschgesicht 30 nom nom alter wie einfach schon Peach save dem bausers fresse drin steckte der bausertanz ah ich muss langsam mal so auf sterne stekos gehen ne geil geil mehr ging natürlich nicht ne 5 Münzen 5 ok warte mal du hast genug ich spiele nur TicTac äh Taktik TicTac show ja geil dann ganz genau das so äh wo will ich lang ich will den Boohoo kreuzen deshalb gehe ich hier entlang machst du willst eine spätes von Boohoo kreuzen ja ganz genau läuft bei dir genau wo ist der Stern wo ist der Stern nochmal yes oh ich bin sogar auf Kurs geil 2 ich nicht pfff schon wieder sind wir ihn Team oh geil Wüstenspit Wüstenspit oh nein ich weiß überhaupt nicht was los ist aber ey von mir aus ohje ok ich klingel jetzt schon teilt euch ein Wüstenskirennen Schritt nach rechts Schritt nach links wenn ihr nicht zur gleichen Zeit das Steuerkreuz drückt stolpern wir stolpern wir äh bitte was äh alter was mach ich denn hier oh man was ist das für ein krankes Minispiel ok wir sind ganz gut dabei trotz die day die müssen jetzt doch einmal stolpern was nicht passieren wird weil wir sind nicht gut genug die war doch klar ne schau dir diese Hackfresse an mit Arschkennen